Unsere Technik-Talente sind unsere Zukunft. Es ist schön, dass wir so zahlreich gekommen sind und ich glaube, es zeigt, dass das Thema aktueller nicht sein könnte. Denn am Ende ist das eine so starke Basis-Technologie, die wird kommen. Was wird in Firmkern sein, wissen wir noch nicht. Wir brauchen Interdisziplinarität und wir brauchen Offenheit. In diesen schnellen Zeiten der technologischen Entwicklungen. Junge Leute begeistern können für Technik, für Mathematik und Naturwissenschaften. Aber es ist nicht das Einzige. Ohne Scheu, aber auf Augenhöhe, dann werden wir das Land nach vorne bringen. Deswegen bin ich heute hier. Sauber zu scatter. Warổi Tasch am careful nicht darragend. Wie heute ist es hier eine so starke Basis. Verlässigen wir uns vor Augenmillion, die wir dabei haben. baitят Communopa kultur. Verlässigen Sie es bei uns vor allem in der Poly veces-Technologie heute zu ver Worden, легко wir 같아 zu erleben. Wir belle Sauten bei uns vor allem im Ansatz dafür zu kommen. Ein coś dran, wie un Verlässchen wir damit. Und nun dob Sieh, welche이션 Wir traien sich erst hat. Im penal ist die Baltimore zu sehen. Vielen Dank.